Wir starten mit 10.000 Euro und wir YouTuber verstecken sich auf dieser Superjacht. Jeder von diesen Personen könnte ein YouTuber sein. Ich habe insgesamt ein Budget von 10.000 Euro, die ich bekommen sollte, falls ich alle vier YouTuber direkt finden werde. Aber falls ich jemanden Falsches eliminiere und es kein YouTuber sein sollte, verliere ich 500 Euro. Also umso mehr Leute ich eliminiere, die keine YouTuber sind, umso mehr Geld verliere ich. Und wenn ich irgendwann ins Minus gehen sollte, falls ich so viele Leute eliminiert habe, bekommen die YouTuber das ganze Geld. Werde ich es schaffen, alle zu finden, lasst ein Like und ein Abo da. Einmal ist mit dabei Ente, Amir, Russack und KingKrybex. Diese vier YouTuber verstecken sich jetzt auf dieser Jacht. Also Freunde, wir müssen auf jeden Fall die richtigen Personen finden. Müssten den Spion auf der Jacht finden und dann werden wir richtig krass absahen. Ich würde sagen Leute, ihr versteckt euch jetzt und wir warten bis ihr euch versteckt habt und dann suchen wir euch. Let's go! Und Moin Moin Pioniere, macht euch bereit um das kosmische Abenteuer von Hotcake Starreel einzutauchen. Nämlich, wir feiern jetzt sein erstes Jubiläum. Version 2.1 kommt und das heißt, richtig viel neuer Extra-Content für euch. Und diese Action solltet ihr lieber nicht verpassen, nämlich ihr könnt euch das Spiel in der Beschreibung erstmal kostenlos downloaden. Und das sollte jeder von euch machen, nämlich ansonsten verpasst ihr extrem viel. Erstmal solltet ihr euch alle anstellen und ihr solltet auf jeden Fall nicht seekrank werden. Nämlich, wir segeln zu einer neuen Welt. Zu der Penaconie. Im neuesten Update erwartet uns nämlich eine neue Geschichte. Atemberaubende Szenarien. Und ich sag euch und halt Gameplay, was euch einfach aus eurem Stuhl werfen wird. Und das Beste ist Leute, es ist alles Teil der epischen Ein-Jahres-Feier in Starrail Honkey. Und ich sag euch, die Belohnungen und die Sachen, die da alles passieren werden, es ist zu krank. Es wird neue Charaktere geben. Ankeron kommt als neuer Char dazu. Dann wird es die Galaxy Rangerin geben, die mit einem goldenen Herz und einem Schwert auch hinzugefügt wird. Ich sag euch ehrlich, auch die Galaxy Rangerin wird einfach komplett alles übernehmen. Sie ist nämlich ein Fünf-Sterne-Charakter. Und glaubt mir, ihr werdet sie 100% in eurer Aufstellung haben wollen. Also ich denke mal, Freunde, falls ihr das Game noch nicht kennt, solltet ihr jetzt auf jeden Fall anfangen. Nämlich so viele extra Belohnungen und Sachen gab es noch nie. Deswegen zum Ein-Jahres-Jubiläum könnt ihr nichts falsch machen. Nehmt hier diesen kleinen Einladungscode mit und ihr bekommt richtig kranke Belohnungen. 50 Stellar Jade direkt auf euren Nacken. Also deswegen würde ich jetzt mal schleunig sagen, Freunde, ihr downloadet das Spiel. Erster Link in der Beschreibung. Seid mit dabei bei dem Ein-Jahres-Jubiläum. Ihr solltet es nicht verpassen. Wer es verpasst, ist selber schuld, Leute. Let's go. Okay, es sollten alle YouTuber auf der Yacht versteckt sein. Ihr seht, hier ist schon die Party richtig am Laufen. Und ich sag euch, ich werde euch Kriminelle finden, Junge. Da könnt ihr nichts machen, was ihr wollt. Und das Ding ist natürlich, Freunde, wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich jetzt hier einen eliminieren sollte, zum Beispiel den Typen hier, dann kriegen wir keine 10.000 Euro mehr von den YouTubern, sondern nur noch 9.500. Und die hoffen natürlich, dass ich möglichst viele Leute eliminiere, wo die halt, ja, dann später Cash bekommen. Aber das werden wir jetzt mal sehen. So, wir gucken uns mal ein bisschen um, Jungs. Ich sag euch ehrlich, ich werde euch auch gleich ein paar... Hä? Das bin ich, Bro. Warum hat der eine Fortnite-Pickax in der Hand, Jungs? Ist das dein Ernst, oder was? Ich kann das erklären, Shani. Ich habe zu viel Fortnite und zu viele Biggies getrunken heute. Ah, also ich sag euch ehrlich... Alles gut, alles gut. Oh, das ist ziemlich windig. Oh nein, oh nein, das war voll der Sidestep-Fehler, Bro. Jungs, 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 Jungs. Ich sag euch ehrlich, wenn das einer von euch wäre, dann kriegt ihr von mir nochmal 500 Euro extra. So ein Ding ist das nämlich. Also das wäre viel zu gut gespielt. Hm. Also es könnte ja theoretisch jeder sein. Ich sag euch ehrlich, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm... Turn on the beat! Nein, nein. Was geht, was geht, Alter? Oh, ich bin's hier, die süste Samantha. Ja, ich sag euch ehrlich, ich denk mal nicht, dass... Bisazam war auch am Start, hast du gesehen? Bisazam, wo? Hö, das ist Bisazam, Leute. Ja, Leute, was ist das denn? Hey, ich wollte mich komplett ver... Paris DJ Hilton. Leute, okay, das... Also, Jungs, ihr wollt mich komplett veräppeln, oder? Ich glaube nicht, dass sich hier vorne jemand versteckt hat. Ich glaube schon... Wir wollen dich veräppeln. Ja, Junge, ihr werdet keine Chance haben. Hä, wer ist das denn hier? Ich bin... Hey, was ist das? Nein, ich bin jetzt gar nicht gut. Ich kann morgen nicht zur Arbeit, komm ich nicht auf den Boden. Hä? Warte mal, guck mal, die Frau hier sitzt voll, weird. Oh, die ist sehr, sehr sass, die Frau. Sehr, sehr sass. Soll... Nein, nein. Ach, unnötig. Verliest nur Geld. Nee, die sitzt perfekt drauf, Leute. Ich glaube, ich verliere echt Geld. Das wäre ein bisschen Quatsch. Deswegen... Nee, das ist auch zu perfekt. Das ist auch hier alles zu perfekt. Also, ich weiß nicht, ob sich jemand wirklich so perfekt hingestellt hat. Hey, Jungs. Der arme Stani, der denkt, wir können das nicht. Hä, Leute, was sitzt der denn da so? Oh, das ist ja komisch. Guck mal, die Welt ist schon rund. Aber das sieht schon ziemlich verbuggt aus, sag ich dir ehrlich. Nein, 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 bei mir sah das besser aus. Okay, hier kann man gar nicht durch. Also, die Yacht, muss ich ja ehrlich sagen, die ist relativ klein, Jungs. Das sieht... Ja, die ist nicht groß, Bro. Sorry, die ist nicht so groß wie deine. Wir wissen nicht. Was macht der hier? Schwimmzüge, Bro. Bisschen trainieren, ne? Ey, Bro, als Junge... Aber das ist zu perfekt, Leute. Das ist zu... Ja, ja, ist auch zu perfekt. Hä? Ich weiß nicht. Denkst du nicht, dass das einer von uns ist? Nee, ich glaube... Junge, ist das euer? Also, komm, Jungs. Das ist doch verarsche. Das ist doch verarsche. Wer steht denn da auf dem Prügelbrett? Das ist ein Surfbrett. Das ist ein Surfbrett. Also, ich bin mir sehr... Ich bin mir so sicher, das ist einer. Okay. Warte, warte, warte. Das... Nein! Ich bin weggerannt. Habt ihr gesehen? Ich bin weggerannt. Junge, Leute. 500 Euro Minus. Wir sind jetzt bei 9500. Ihr seht hier die Anzahl oben. Ey! Bitte halt die Klappe. Wer ist das? Junge, als ob sich irgendeine Person so hinsetzt. Nein! Nein! Was? Hä? Junge, ich wusste es direkt. Bro, ich fand die Kübel ist gut, hä? Junge, das war zu blöfgemäß. Du sitzt da, als hättest du was Stockmäßiges. Äh, ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Also, der erste YouTuber wurde gefunden. Ike Rymex ist raus. Und ich hab immer noch... Ey, ich muss nur noch drei Leute finden, Leute. In 20 Minuten. Habt noch 9500 Euro. Crazy. Ey, das hätt ich jetzt echt nicht gedacht. Ich fand's voll gut, wie ich da saß. Ja, ich hab's direkt gesehen. Ich hab's direkt gesehen. Lauf, woher ich lauf? Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich habe das Bär dabei, Jungs. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Auch dieser Security kommt mir ein bisschen weird vor. Warte mal, warte mal, warte mal. Der muss da aufpassen, dass da... Aber guck mal, hier drüben ist auch kein Security. Der müsste ja theoretisch... Ja, aber der muss da aufpassen, wie Leute durchkommen, weißt du? Weil guck mal, drüben ist ja ganz viel Möbel und da kommen die Leute durch. Deswegen, der ist schon richtig. Nee, 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 nee. Ich sag euch ehrlich, das ist auch irgendein YouTuber. Okay, wer ist es? Drei, zwei... Äntel! Oh, oh, nein! Ich hab dich gewarnt! Virus 1.000, Virus 1.000 hat zwei Leute getötet! Let's go! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wir haben 1.000 Euro getötet, den Biermann geledigt! Oh, er ist einfach zwischen mir an, ich wollte gar nicht gehen! Ja, Jungs, 1.000 Euro weniger. Wieso bin ich wieder? Wer ist der nächste Biermann? Oh, moin! Nee, 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 nee. Das ist hier, das ist Quatsch, Bro. Okay, 1.000 Euro weniger, aber ich glaub hier unten vielleicht. Ich hab hier unten... Ah! Oh! Oh, oh, oh! Was ist das hier für Jets? Warte mal, ich geh... Oh, nein, nee, 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 geh nicht in den Raum rein! Äh, oh, oh! Halt den Ticksaal! Äh, oh! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Wer duscht hier von euch, Jungs? Ich war's hier gerade! Warte mal, warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal, ich gucke mal, was auf der anderen Seite ist. Ich stinke halt ein bisschen. Äh, ey, 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 ey! Joa! Junge, das ist so einer von euch! Ähm... Weil, guck mal, das Ding ist, wenn man sowas spawnt, Bro, dann ist safe auf beiden Seiten irgendjemand, der duscht und nicht nur auf einer Seite. Ich muss sagen, gutes Versteck, Jungs. Aber das war's. Ja, danke, Bro, danke. Was? Das ist niemand. Wie, das war's? Nein, Jockling, Jockling. Jocki, nein. Okay, okay, Jungs. Oh, warte mal, der hat jetzt nur noch 8.000 Euro. Ich hab nur noch 8.000 Euro oben auf Konto. Aber guck mal hier, Bro. Guck mal, ich denke mal, irgendjemand wird sich hier auch lustig hier versteckt haben. So als Maschinenmann oder so. Junge, hier ist ja wirklich keiner. Okay, ich stelle euch mal die ersten Fragen, ja? Oh, oh. Seid ihr männlich oder weiblich? Nein und wahr. Weiblich. Okay. Zu dem einen Geschlecht sage ich ja, zu dem anderen sage ich nein. Nee, sagt mir jetzt bitte jeder jetzt mal ehrlich, weil ich muss ja auch eine kleine Chance haben, Jungs. Männlich oder weiblich? Ich bin getarnt als Weibchen. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Alle sind Frauen. Nein, Jungs, das haben wir getan. Also das war ja schon wieder blöd. Wir müssen uns jetzt theoretisch eigentlich nur noch nach Frauen umgucken. Aber wir waren noch gar nicht hier in den Bereich gegangen. Du warst noch gar nicht oben beim Piloten. Stimmt, oben beim Piloten. Ey. Ah, ich wollte gerade sagen, guck mal, ich hätte vielleicht den sogar, der sieht so ein bisschen aus wie ein Crimex, finde ich. Ich hätte sogar den als Verdacht gehabt, aber das ist ja ein Mann auf jeden Fall und die anderen sind... Jungs, was geht denn hier ab? Ähm, schlafen. Ey, Bro, ich... Junge, das ist das. Schlafen. Bro, das ist so. Wisst ihr, warum das fast ist? Weil hier ist gar keine Dusche drin. Also, das soll zwar eine Dusche sein, aber da ist gar keine Dusche drin. Stimmt, Digga, Schlafen, meine. Der ja so schlecht von dir, der das hier gemacht hat. Hä? Warte mal. Bro, ich kann die gar nicht killen. Das ist schusssicheres Glas. Also, wenn das jemand von... Ist das jemand von euch? Ja, du Ekelhafter. Nein, bist du das? Ja, ja, das bin ich. Armin ist das! Oh mein Gott! Alter, Stanni ist voll gut. Ey, Bro, das ist... Ich sag euch ehrlich, das ist voll einfach. Das ist voll einfach. Bewegt dich mal, Armin, dass wir auch wirklich sehen, dass du es bist. Ja, warte, ich muss die Animation ausmachen. Ja, 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 also wir sehen hier, Leute, dass es auch wirklich Armin ist. Und Junge, ich hab immer noch 8.000 Euro, musst nur noch zwei Leute finden. Ey, das wird... Jungs, ich sag euch ehrlich, das wird das... Kannst du dich bewegen? Ja, okay, das ist, Leute, ihr seht, das ist Armin. Ey, aber ich muss sagen, Armin, eklig. Aber dumm, dumm. Nein, 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 da war einer die ganze Zeit drin. Da war ein bisschen drin. Ich hab die wirklich einfach nur übernommen und gleich eine Emote gemacht. Nein! Ja, ja, da tue ich wirklich jemanden. Aber durch das natürlich, durch die Information, dass ihr natürlich weiblich seid, habe ich natürlich einen kleinen Bonus dazu. Kann man ja sagen, was man will. Oh, hier waren wir noch gar nicht gewesen, oder? Oh, ich lauf vorbei, Bro. Kurz vorbeisteppen. Guck mal, das ist auch sehr, sehr zass. Hier ist so... Wieso? Erwinden wir die Schule, Bro. Alles easy. Guck doch. Ah, nee, ich glaub, die Person hätte eigentlich sonst besser auf dem Stuhl... Aber... Ähm... Das Ding ist gar nicht gut, der hilft mir, dass wir die Schule zu binden. Oh mein Gott. Bro, das Ding ist halt... Oh oh. Ey, es ist zu einfach, Jungs. Es ist wirklich... Nein. Digga, hä? Wo warst du da? Bro, es ist wirklich zu einfach, ich sag ehrlich. Digga, also, Bro. Ich bin hinter Duschen am Duschen. Ich glaub, der hat uns eben ganz der Boratel so versteckt. Nein, 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 nein. Ich bin hinter Duschen am Duschen, Bro. Ich bin... Nein! Bro, sag mir nicht, dass das Russack war. Sieben, fünf. Nein, sieben, fünf. Bro, ich hätte schwören können, dass das einer wäre. Mann! Oh oh. Oh oh. Ist das so richtig geworden? Bro, ist das schlecht? Bro, ich kann das wirklich erklären. Also, das Ding ist... Oh 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 oh. Ist das einer gewesen? Nein. Oh, Bro. Siebtausend Euro. Siebtausend Euro. Okay, wir haben jetzt ein bisschen... Bro, ich sag ehrlich, sorry. Sechs, fünf Euro. Nein! Oh my... Ich muss wieder mein... Ich sag euch ehrlich, ich muss wieder meine Spürnase aktivieren. Bro, weißt du, das Ding ist... Gehen wir mal... Oh oh oh. Oh, hier wird grad ein Rap-Video gedreht. Du bist ein kleiner Stanislav, der nicht mich findet, weil ich bin am rappen und die wenigsten fernsten für mich im Background hier. Wer ist das hier? Ich. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich weiß nicht, ob's unfair wäre, aber kann ich noch eine Frage stellen oder eher mal nicht? Weil ich hab ja schon zwei Leute gefunden. Nein, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Bro, ich sag euch ehrlich... Was willst du denn fragen? Ich würde einfach fragen, hat jemand von euch ein weißes T-Shirt an? Okay, frag... Hat jemand von euch ein weißes T-Shirt an? Nein. Ja, du hast schon ein bisschen... Ja... Ich weiß nicht, Bro, ich sag... Oh mein Gott, er hat nur noch 5.000? 5.000 hab ich noch, 5.000 hab ich noch. 5.000? Ey, das... Bro, also... Egal, egal, okay, okay, okay. Nur weil du die zwei so schnell gefunden hast, denkst du, das ist jetzt einfach, aber guck mal, du warst gar nicht hier... Ja, ich weiß. Du warst gar nicht hier in der Location und uh, ganz irgendwas auch. Ja, ja, ich geh jetzt auch ganz nach oben gleich. Ich wollte hier mich noch ein bisschen umgucken. Hier war noch... Das sieht auch sass aus, Leute, ich sag euch, das sieht richtig sass aus. Warum? Es wird einfach geraved. Es wird einfach geraved. Das sieht richtig sass aus. Ich bin mir nicht sicher. Wo bist du vorbeigelaufen? Was? Ich bin vorbeigelaufen an die Hände. So, warte mal, wie kommt man denn jetzt hier nach oben, Freunde? Nein. Wir müssen hier irgendwie aufs Boot mal ganz nach oben kommen. Ja, da gibt's einen Weg nach oben. Du warst schon richtig. Falsch. Warte, warte, warte. Du warst schon richtig. Okay. Ich war geradeaus durch. Dann sind auch die Treppen da. Ach so. Ich bin nämlich gerade aus... Ah, hier sind ja die Treppen, Leute. Wir waren nämlich noch gar nicht oben gewesen. Und warte mal. Ah, hier war ich schon drinnen. Okay. Hier glaube ich jetzt auch nicht. Das hier irgendwelche... Ganz neue Location. Oh, ganz neue Location, Jungs. Und du hast schon die Hälfte deiner Einnahmen verspielt. Ja, aber guck mal, ich brauche nur noch zwei Leute. Und ich sag euch, guck mal, wenn ich jetzt zwei Leute habe, nehme ich 5.000 mit. Das wäre ich mehr als zufrieden. Aber hast du nicht. Guck mal, das ist zu gut hier Leute. Das ist zu gut. Die liegen hier zu gut irgendwie auf dem Dings und so. Findest du echt, dass die blonde Rechte gut war? Ja, die war gut. Ja, die war gut. Bro, warte mal. Das ist hier so ein Model, Leute, was... Obwohl, die tanzen zusammen. Das könnte auch passen. Aber hä, warum sind hier zwei... Oh nein! Nein! Jungs! Das ist... Oh mein Gott, ich hab die doch... Nein! Ich kann nicht schwören, da ist eine von Ente. Oh mein Gott, nein! Wann Ente hat die weggelöscht, Bro? Nein! Direkt die weggelöscht! Direkt die weggelöscht! Direkt die weggelöscht! Direkt die weggelöscht! Wer war das? Bro! Ich... Ich wollte sie erst die killen, aber... Tja, Ente? Weg hier! Weg hier! Nein! Ente! Auch raus! Let's go! Sooo! Wie gut du hörst, wenn er die nicht abgeschlossen hat, weil er dachte, das kann nicht sein, das ist eine Falle. Ja, also, das war... Guck mal, Ente, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Dass zwei Zwillinge nebeneinander stehen, oder was? Ich hab die zweite gar nicht gesehen! Hahaha! Ja, Pech, Ente! Pech! Okay, als nächstes ist noch Russack dran. Das Problem ist, Russack ist sehr, sehr gut, Leute. Also Russack ist wirklich schon ein Prost, muss man sagen. Ich sag mal, mein Versteck ist gar nicht so krass, eigentlich. Dein Versteck ist nicht so krass. Bin ich schon? Nein, 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 nein. Sein Versteck ist so bummi, dass du gar nicht drauf kommst. Bro, warte mal, Leute. Ich hab irgendwie das Gefühl... Ich werd jetzt mal gucken. Ich werd das hier so löschen. Mhm. So, weil ich glaube, dass ihr irgendwas hingestellt habt. Und dass ich nämlich nicht hier... Oh nein, jetzt habt ihr den geheimen Weg. Bro, wir sind irgendwo reingebackt, Leute. Super. Äh, äh. Super, warte mal. Okay, ich muss kurz hier... Okay, ich glaub, da kann man doch nicht lang, Leute. Oh, da kann man lang, da kann man lang. Also, wir konnten da lang. Probier's nochmal. Ich bin so ehrlich und sag... Nein, 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 nein. Doch. Bro. Die Jungs haben mich so verraten, das ist unglaublich. Ja, so. Ey, aber das wär unfair, wenn ihr da wegkriegt. Weil ihr so deportiert seid. Bro, ist einfach... Nein, das wär unfair gewesen. Nein. Was? Du hast was gesagt? Nein. Ey, Jungs, ich hab mich grad gefreut. Ah, okay. Ey, hey, 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 hey. Hey, 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 hey... Junge, ihr seid... Dein Geld ist weg. Oh mein Gott, ist das dein Ernst, Bro? Bro, was soll ich machen? 4.000 Dollar, du doch. Also 4.000 Euro, nicht Dollar, Leute. Die zahlen ja einen Euro. Okay, Jungs. Langsam wird es eng. Ich gehe aber erstmal hier wieder zurück. Ich will nicht gebackt werden. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Also ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, wer sein könnte. Wir gehen mal hier runter. Guck mal, das ist auch... Das ist Ende. Ende hat es neu versteckt. Und wieder 5.000 Euro! Wie viel willst du denn jetzt? Ich glaube, ich bin bei 3.500 Euro, aber ihr seht hier das Geld auch eingeblendet, Leute. Also falls ihr uns jetzt hier gerade verrechnen solltet, seht ihr auf jeden Fall das Geld eingeblendet. Achso, ihr steht hier aber gerade... Jungs, habt ihr die neu gespawnt, oder was? Nein. Also das sind auf jeden Fall, Leute, also... Das sind safe NPCs, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ey Mädels, muss die Ente kennenlernen! Ey, Ente, lass die Mädels in Ruhe. Ich könnte mir vorstellen, Russack macht so eine Filme hier im Dings, die Leute im Whirlpool sich verstecken. Oder unter... Warte mal, hier im Wasser vielleicht drinnen. Russack, wo bist du, Ekliger? Bin ich schon an dir vorbeigelaufen? Ja, ja, ja. Ich sag's dir nicht, die Frau kam hier irgendwie... Aber guck mal, das ist zu perfekt, Leute. Ich sag euch ehrlich, das ist zu perfekt mit den Händen und so. Das kann Russack niemals gewesen sein. Äh, Russack, ich stell dir jetzt noch mal ne Frage, ja? Okay. Hast du lange oder kurze Haare? Also kurze Haare meine ich sowas hier. Ist schwer zu sagen. Wenn er so fragt, würde ich sagen kurze. Ich würde sagen kurz, ja. Also du hast so ne... So, das ist kurz für mich, das ist kurz für mich. Ja. Also guck mal, also da, warte mal, das ist auch noch kurz, ne? Ja. Ja, ja, ja. Okay, Russack hat kurze Haare, Leute. Oh, da bin ich wieder. Das hat natürlich... Ja, Russack, du bist ne Frau, ich weiß das auch. Also das ist natürlich schon mal gut, weil wir damit... Oh! Nein, 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 nein! Warte mal. Warte mal, das wär krass. Nein! Du hast schon wieder Geld verloren, du armer! Oh mein Gott! Ende! Was geht? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ja, sorry, Leute, ich hab... Ja, er verliert Zeit! Er verliert Zeit! Super Jump aktiviert! Also wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute, wir haben, glaube ich, noch... Oh, ich bin wieder aufs Boot, sehr gut. Wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei Minuten Zeit, Russack zu finden. Äh, wo ist Russack? Okay, ich glaube nicht, dass er hier vorne ist, Leute, ich glaube, dass er sich wahrscheinlich weiter drin versteckt hat. Und wir haben ja jetzt noch den Hinweis, dass er kurze Haare hat. Äh, nee, das sind keine kurzen Haare. Hier ist auch keiner mehr drin, keine kurzen Haare. Okay, die letzten zwei Minuten sind angebrochen, Freunde, wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen beeilen. Äh, die ist schon eliminiert. Warte mal, warte mal, was ist das denn hier, Leute? Äh, ich kann das erklären. Warte mal, was ist das denn? Ich muss einen Stockwerk runter. Wow, ich sag dir so, wie es ist, du kannst auch drum herumlaufen, du musst es nicht wegmachen. Äh, achso, ich kann drum herumlaufen, okay. Ja, nach links, nach links, nach links. Ein anderer Raum. Achso, das ist da. Ah, danke, also das ist auf jeden Fall... Ja, dann rechts rein. Ah, das war der Raum gewesen. Okay, hier hatten wir ja schon eliminiert. Easy. Das war auch clean, das war auch eine kurzhaarige. Ja, 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 da wird gerade gearbeitet, Russa, ich bin ja auf die Ferse. Okay, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Oh mein Gott, wie lange Haare. Okay. Bro, das sieht doch... Ja, wer dance so ab, wer dance so ab, bro. GG, du hast es geschafft, Alter. GG, du hast es geschafft, Alter. Wieder Geld zu verlieren. Okay, okay, ihr wollt diese Filme machen. Ihr wollt diese Filme machen. Du bist bei 2,5, ist das klar. Ja, bro, ich sag aber 2,500, Jungs, das ist für euch geteilt durch 4. Ist das immer noch ein Haufen Geld, ne? Deswegen, also ich bin... Bro, das, die steht leider auch so hier, das hast du in der Mitte. Ja, okay. Ja, aber er fällt wieder auf meine Falle rein, ich glaub's nicht. Hast du ihn da gespawnt? Ja, natürlich. Oh mein Gott, du ekliger. Okay, Leute, die letzte Minute ist angebrochen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, Russack, das wird jetzt... Hä? Guck mal, jetzt backt der auch rum, Leute, aber wir haben ja eine Frau. Guck mal, Leute, was ich noch gesehen hatte, vorhin auch schon. Guck mal hier auf den Surfbrettern, ne? Oh, ah, warte Leute, oh Gott, ich wollte hier nicht reinspringen. Auf den Surfbrettern. Die eine macht so richtig schöne Surfbewegungen und die andere liegt einfach da. Und dieser Liegen-Emote ist halt relativ... Und Russack, warum bist du jetzt so ruhig auf einmal? Nee, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und kurze Haare, Frau, Surfbrett, die eine bewegt sich, also müsste sich die andere theoretisch auch bewegen. Deswegen, Russack, ich glaube, dass du das bist. Das war's. Willst du dich ergeben? Das war's. Ja, okay, ich ergeb' mich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, jetzt, sie ergeb' mich. Soll ich dich jetzt wirklich killen, Russack? Ja. Russack, das war's. Russack, das war's. Russack. Ja, ist okay, komm. Okay, drei. Nein! Russack, ich wollte wieder flinken! Was machst du? Was machst du? Ich weiß, irgendwie nicht. Jungs, ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, 2000 Euro haben wir heute mitgenommen. Das war Spionheitentziel gewesen. Wir haben die Jungs easy gefunden. Ich sag' euch ehrlich, Leute, das war schon fast so einfach, aber die Yacht war auch sehr klein gewesen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, checkt auf jeden Fall Armin und Russack aus. Sie haben auch eine Folge hochgeladen. Checkt die Jungs in der Beschreibung aus. Das war's gewesen. Tschö, bitte!